Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Ostracon Rätsel. Heute geht es einmal um hinter den Kulissen. Wir gehen einmal durch, woher wir diese Tafel bekommen, was wir dafür machen müssen und was wir als Belohnung erhalten. Um die Tafel zu bekommen, müssen wir nach Attica und dort genauer einmal nach Athen und zufälligerweise perfekt reingezoomt. Die Webstube befindet sich, hier ist das Haus des Anführers, ein bisschen rechts. Hier bekommen wir das Ostracon Rätsel her und sobald wir das haben, düsen wir einmal hier in diesem Bereich, denn das Rätselslösung liegt direkt hinter mir und da gehen wir einmal hier direkt in dieses Gebäude hier hinein, an den beiden Statuen vorbei und links haben wir so einen kleinen Deckenhaufen mit Maske. Wenn wir hier interagieren, bekommen wir eine neue Gravur, plus 6% Adrenalin pro Treffer und haben damit das Rätsel hinter den Kulissen erfolgreich erledigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017